Der Feinripp Adventskalender Was ist denn da mit Alkohol? Alex, jetzt hör doch mal auf da hinten rumzusaufen. Das große ist gerade auch. Hallo, Alex ist Anderichs mit Alkohol. Was haben alle Menschen mit Thomas Anders gemeinsam? Keiner will mit Dieter Bohlen was zu tun? Entschuldigung. Nein, entweder sie heißen Thomas oder Anders. Der war gut. Der heißt Thomas Anders.